Du festigst das an beiden Seiten und du verließt nie mehr dein Tee dadurch. Das heißt, zum Üben auf der Range haben die Leute, die hauen ein Tee nach dem anderen da weg. Damit hält ihr das immer fest. Das ist eine ganz simple Idee. Du hast schon überall verkauft. In Japan, Australien, USA und jetzt ist ein Deutschland dran. Das ist wirklich super. Das kriegst du nicht raus. Wenn du da ein Plastiktee reinsteckst... Right idea, good idea. Thank you. Thank you. Where do you come from? San Francisco. San Francisco. Yeah, I was there sometimes. Yeah? Yeah, yeah. Your English is very good. Oh, reasonable. That is very good. Reasonable, yeah. What? What? It's a very good idea. You've got something to do. Untertitelung des ZDF, 2020